In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Matrizen miteinander multiplizieren kann, beziehungsweise welche Regeln und Besonderheiten dabei zu beachten sind. Bevor wir gleich zu der eigentlichen Multiplikationsregel gehen, eine einfache, aber wichtige Grundlage. Und zwar die Dimension einer Matrix. Wir haben hier zum Beispiel eine Matrix. Und bei einer Matrix unterscheidet man immer zwischen Zeilen und Spalten. Und diese Zeilen und Spalten legen auch die Dimension einer Matrix fest, und zwar auf diese Weise. Normalerweise gibt man immer zuerst die Zeilen und dann die Spalten an. Also bezogen auf unser Beispiel wäre das eine 3x2 Matrix. Oder anders ausgedrückt, eine Matrix mit drei Zeilen und zwei Spalten. Für den Anfang werden wir uns die allgemeinen Regeln für die Multiplikation von Matrizen anschauen. Und da spielen die Dimensionen dieser Matrizen eine sehr wichtige Rolle. Wie zum Beispiel, wir wollen zwei Matrizen A und B miteinander multiplizieren. Die erste Matrix A besitzt N Zeilen und M Spalten. Und die Matrix B besitzt M Zeilen und P Spalten. Und wenn wir zwei Matrizen miteinander multiplizieren wollen, dann muss die Anzahl der Spalten bei der ersten Matrix identisch sein mit der Anzahl der Zeilen bei der zweiten Matrix. Die anderen zwei Werte, N und P, spielen auch eine wichtige Rolle. Die bilden die Dimension der Ergebnismatrix. Die könnte zum Beispiel C heißen und sie hätte dann die Dimension N mal P. Aber aufpassen, nur weil A mal B berechenbar ist, was wir gerade festgestellt haben, muss das nicht auch für B mal A gelten. Hier auf der rechten Seite habe ich nochmal die Reihenfolge vertauscht. Also zuerst kommt die Matrix B und dann mal die Matrix A. Und wenn wir jetzt die Anzahl der Spalten bei der ersten Matrix mit der Anzahl der Zeilen bei der zweiten Matrix vergleichen, dann sehen wir, dass sie verschieden sind. Das bedeutet, diese Multiplikation ist nicht durchführbar. Und das kann man eigentlich auch ganz gut bei Matrizenmultiplikation verallgemeinen. Und zwar in der Regel ist die Multiplikation von Matrizen nicht kommutativ. Das heißt übersetzt, A mal B ist in der Regel nicht das gleiche wie B mal A. Ein bisschen entspannter ist die Lage dann bei den quadratischen Matrizen. Quadratische Matrizen sind Matrizen mit der gleichen Anzahl von Zeilen und Spalten. So wie hier links abgebildet. Also wir haben zwei Matrizen A und B. Und beide haben die Dimension N mal N. Das bedeutet, dass die vorher angesprochene Regel automatisch gilt. Und die Ergebnismatrix C hat natürlich auch die Dimension N mal N. Aber ihr müsst auch hier ein bisschen aufpassen, auch wenn A mal B und B mal A wegen den Dimensionen diesmal berechenbar sind. Trotzdem ist die Multiplikation auch in diesem Fall nicht kommutativ. Also A mal B ist nicht das gleiche wie B mal A. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Wie bei der normalen Multiplikation zwischen den Zahlen gibt es auch bei der Matrixmultiplikation ein sogenanntes neutrale Element. Dieses neutrale Element heißt Einheitsmatrix und wird in der Regel mit Groß E bezeichnet. Die Einheitsmatrix ist eine Matrix, die an der Hauptdiagonale nur 1 hat und sonst alle Elemente 0 sind. Für diese Einheitsmatrix gelten natürlich andere Rechenregeln. Wie zum Beispiel A mal E wäre das gleiche wie E mal A. Also hier ist die Multiplikation schon kommutativ. Und ist das gleiche wie A. Und deshalb ist die Einheitsmatrix das neutrale Element bei der Matrixmultiplikation. Es gibt einige Arten und Weisen, wie man zwei Matrizen miteinander multiplizieren kann. Allerdings, wenn man noch am Anfang ist mit diesem Thema und Rechenfehler vermeiden möchte, empfiehlt sich vor allem das Schema von Falk. Dieses Schema werde ich auch in diesem Tutorial benutzen, weil es ein bisschen übersichtlicher ist als die anderen Arten und Weisen, wie man zwei Matrizen miteinander multipliziert. Und die besagt folgendes. Wenn man zum Beispiel zwei Matrizen A und B miteinander multiplizieren möchte, so dass man die Ergebnismatrix C bestimmt, dann tut man das in einem so ähnlichen Achsenkreuz, wobei die erste Matrix A immer links unten eingetragen wird, die zweite Matrix B rechts oben und hier rechts unten wird dann die Ergebnismatrix bestimmt. Und jetzt wollen wir natürlich ein paar Beispielaufgaben zusammenrechnen. Wir fangen das Ganze entspannt an mit zwei kleine quadratische Matrizen. Also, die Aufgabenstellung lautet, gegeben sind die Matrizen A und B, berechne A mal B und B mal A und A und B sind unten abgebildet. Damit ich das Ganze ein bisschen abkürze, habe ich schon mal alles vorbereitet. Das heißt, wir wollen für den Anfang natürlich A mal B rechnen und das habe ich schon alles in diesem Schema vom Falk eingetragen. Also unten links die Matrix A, oben rechts die Matrix B und es kann losgehen. Für den Anfang multiplizieren wir die erste Zeile der Matrix A mit der ersten Spalte der Matrix B. Und das sieht dann ausführlich geschrieben so aus, 4 mal 0 plus minus 2 mal 2. Klar, beim nächsten Schritt können wir das auch zusammenfassen, aber für den Anfang werde ich das jetzt ein bisschen ausführlicher schreiben. Im nächsten Schritt bleiben wir bei der ersten Zeile der Matrix A und die werden wir jetzt mit der zweiten Spalte der Matrix B multiplizieren. Das heißt für uns 4 mal 4 plus minus 2 mal 1. Gut, im nächsten Schritt, ich denke mir, das könnt ihr euch schon vorstellen, machen wir das gleiche nochmal mit der zweiten Zeile hier der Matrix A. Also zweite Zeile von A und erste Spalte von B, das heißt 0 mal 0 plus 5 mal 2. Und die letzte Rechnung, wir bleiben bei der zweiten Zeile der Matrix A und multiplizieren sie mit der zweiten Spalte von B. Das heißt für uns 0 mal 4 plus 5 mal 1. So, jetzt könnten wir das gleiche auch noch sauber zusammenfassen. Also die Ergebnismatrix C lautet dann 0 und minus 4 ergibt natürlich minus 4. Dann 16 minus 2 sind 14. 0 plus 10 sind 10. Und 0 plus 5 sind 5. Als nächstes wollen wir natürlich auch noch B mal A ausrechnen. Jetzt habe ich links unten zuerst die Matrix B eingetragen, rechts oben die Matrix A. Und natürlich benutzen wir die gleiche Vorgehensweise. Also, erste Zeile von hier mit der ersten Spalte von hier zuerst. 0 mal 4 sind 0 und 4 mal 0 sind ebenfalls 0. Also, ich habe das schon zusammengefasst, hier kommt eine 0 aus. Dann erste Zeile von hier mit der zweiten Spalte von hier. 0 mal minus 2 sind 0 plus 4 mal 5 sind 20. Jetzt mit der zweiten Zeile von der Matrix B und der ersten Spalte von A. 2 mal 4 sind 8. 1 mal 0 sind 0. 8 plus 0 sind natürlich 8. Und die letzte Rechnung. 2 mal minus 2 sind minus 4. Und 1 mal 5 sind 5. Minus 4 plus 5 sind natürlich 1. Und das hier wäre unsere Ergebnismatrix. Wir bleiben bei quadratischen Matrizen, aber verkomplizieren ein bisschen die Sache, indem wir zwei größere Matrizen nehmen. Und zwar zwei 3 mal 3 Matrizen. Hier wollen wir A mal B ausrechnen. Deshalb habe ich das schon wieder in so ein Achsenkreuz eingetragen. Hier unten links ist die Matrix A und oben rechts die Matrix B. Und die Vorgehensweise bleibt natürlich gleich. Das bedeutet, wir fangen an mit der ersten Zeile der Matrix A und der ersten Spalte der Matrix B. Und damit kriegen wir das erste Element hier. Also, 1 mal 2 sind 2. Plus minus 4 mal 1 ist minus 4. 2 minus 4 sind schon mal minus 2. Und 1 mal 4 sind natürlich 4. Minus 2 plus 4 sind natürlich 2. Dann, erste Zeile mit der zweiten Spalte. 1 mal 1 sind 1. Minus 4 mal 3 sind minus 12. 1 minus 12 werden schon minus 11. Und 1 mal 2 sind 2. Minus 11 plus 2 sind minus 9. Und erste Zeile und letzte Spalte haben wir dann 1. Dann minus 4 sind minus 3. Und wieder plus 1 sind minus 2. Also, das wäre die erste Zeile der Ergebnismatrix. Jetzt das Ganze mit der zweiten Zeile. 3 mal 2 sind 6 plus 0 und minus 4. 6 minus 4 sind natürlich 2. Dann, 3 mal 1 sind 3 plus 0 und minus 2. Also, 3 minus 2 sind 1. Und die letzte Zahl hier in dieser Zeile. 3 mal 1 sind 3. Plus 0 minus 1 ergibt 2. Die letzte Rechnung mit der letzten Zeile hier. Minus 2 mal 2 sind minus 4. Plus 2 sind minus 2. Und plus 20 sind 18. Dann mit der zweiten Spalte hier. Minus 2 mal 1 sind minus 2. 2 mal 3 sind 6. Also, minus 2 plus 6 sind 4. Und 4 plus 10 sind 14. Und am Ende noch. Minus 2 mal 1 sind minus 2. Dann, 2 mal 1 sind 2. Minus 2 plus 2 ergibt 0. Und 5 mal 1 sind 5. Und das ist hier dann unser Ergebnismatrix. Und zum Schluss natürlich noch eine Aufgabe, wo die Matrizen verschiedene Dimensionen haben. Ich überflüge kurz die Aufgabenstellung. Geheben sind die Matrizen A und B. Berechne, wenn möglich, A mal B und B mal A. Dieses, wenn möglich, ist schon ein deutlicher Hinweis, dass ihr zuerst überprüfen solltet, ob die Multiplikation überhaupt möglich ist. Und das machen wir natürlich anhand der Dimensionen. Also, in erster Reihe wollen wir schauen, ob A mal B berechenbar ist. Ich habe nochmal hier unten hingeschrieben. A ist eine 2 mal 3 Matrix und B ist eine 2 mal 2 Matrix. Wenn wir jetzt den Check machen, also die Anzahl der Spalten bei der ersten Matrix muss eigentlich übereinstimmen mit der Anteil der Zeilen bei der zweiten Matrix. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Deshalb ist diese Multiplikation nicht möglich. Wenn wir jetzt die Reihenfolge vertauschen und B mal A ausrechnen, dann sehen wir, dass diese Eigenschaft jetzt zutrifft. Also, die Anzahl der Spalten bei der Matrix B stimmt überein mit der Anzahl der Zeilen bei der Matrix A. Das bedeutet, wir werden auch eine Ergebnismatrix C haben, die die Dimension 2 mal 3 hat. Und ich habe natürlich schon mal alles wieder auf der rechten Seite vorbereitet. Hier ist unser Achsenkreuz. Hier ist die Matrix B und hier die Matrix A. Die Matrix C, weil sie eine 2 mal 3 Matrix ist, wird dann natürlich diese Dimension haben. Und ich habe sie hier schon mal gestrichelt angedeutet. Und wir fangen natürlich wieder an mit der ersten Zeile hier und der ersten Spalte hier. Also, 3 mal 2 sind 6. Minus 3 mal minus 1 sind natürlich plus 3. 6 plus 3 sind 9. Dann erste Zeile, zweite Spalte. 3 mal 3 sind 9. Minus 3 mal 5 sind minus 15. 9 minus 15 sind minus 6. Dann erste Zeile und dritte Spalte. 3 mal 0 sind 0. Minus 3 mal 2 sind minus 6. Also haben wir hier ebenfalls den minus 6. Jetzt zweite Zeile, erste Spalte. Minus 1 mal 2 sind minus 2. 1 mal minus 1 sind minus 1. Minus 2 minus 1 sind minus 3. Erste Zeile, zweite Spalte. Minus 1 mal 3 sind minus 3. 1 mal 5 sind 5. Minus 3 plus 5 sind natürlich 2. Und die letzte Zahl. Minus 1 mal 0 sind 0. 1 mal 2 sind 2. Also haben wir auch am Ende hier eine 2. Und das hier wäre die Matrix C. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die im Zusammenhang mit diesem Thema hilfreich sein könnten. In erster Reihe musst du in der Lage sein, Matrizengleichungen zu lösen. Dann natürlich die Inverse einer Matrix zu berechnen. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.